Rolf Wanker war ein österreichischer Schauspieler. Leben Wanker studierte an der Technischen Hochschule in Prag und später an den Universitäten von Innsbruck und Wien Nationalökonomie, Philosophie und Medizin. Er schloss seine Studien 1928 mit dem Dr. R. R. Pohl ab. Danach leitete er eine Maschinenfabrik. 1931 wirkte er ungenannt in dem Filmklassiker M. mit und entschied sich daraufhin für den Schauspielerberuf. Nach Unterricht in Wien bei Aurel Nowotny von 1933 bis 1934 trat Wanker ab 1934 in zahlreichen österreichischen, deutschen und tschechischen Filmen auf. 1935 war er Partner von Martha Egot in Die ganze Welt dreht sich um Liebe. Wanker verkörperte zumeist den eleganten Kavalier und äußerlich tadellosen Gentleman. Der mehrsprachige Kosmopolit zeigte eine Vorliebe für den internationalen Film und er hielt 1939 für seine Rolle als Kapitän von Schleden in der französischen Produktion Die große Entscheidung, den Grand Prix du Cinéma Francais. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nahm er zunächst ein Engagement an die Wiener Kammerspiele an und war von 1940 bis 1944 künstlerischer Leiter des Wiener Stadttheaters. Während er seine Filmarbeit einschränkte, nach dem Krieg trat er zunächst vor allem am Raimundtheater und am Theater in der Josefstadt auf. Ab 1950 stand er wieder vor der Kamera. Als Vornehmer älterer Herr kam er häufig zum Einsatz, darunter auch mehrmals in spanischen Produktionen. Wanker, der zuletzt in München lebte, gastierte als Charakterdarsteller an deutschen Bühnen und war Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk. Wanker war in erster Ehe mit Ilse Vogel verheiratet. Er war in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Friedel C. Zippa verheiratet. Aus einer Liaschen mit Helene Amon ging sein Sohn Rudolf Wanker hervor, den er im Alter von vier Jahren adoptierte. 1954 lernte er seine dritte Frau Brigitta Dahlen-Lili Wanker kennen. Aus dieser Ehe ging 1961 die Tochter Irina Wanker hervor. Filmografie Filmografie Filmografie